Oh, da bin ich wieder ab. So, lalala, bum bum bum. Ähm, ja, klar, muss ja richtig sein. Habe ich ja gerade im Dorf gespielt. So, ja, ja, am Tor. Alles klar, Herr Kommissar. So, okay. Oh Gott. Herr Schwede, die sind ja nicht einfach geschützt. Ich kann also erstmal alles klar in Ruhe. Wow, Alter, was für... Wow. Oh, fuck. Meine Güte. So viel zum ruhigen Schlag. Das waren schon alle. Wow. Okay. Okay. Nennt mich Rüstung. Komm schon. Danke. Ich frage mich ab, wann man immer diese All-Map bekommt. Warum hat man die in der vorigen Map? Danke. Warte. Bin ich noch nicht ganz hinter gestiegen. Was zu bedeuten hat. Einfach mal die bekommen. Komm, 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 komm. Danke schön. Ich höre schon, wie die Gerüche sind überall. Ah, so. Gut. Okay. Wow. Wie hinterhältig. Ich weiß gar nicht, wo du stehen kannst, ohne dass du von allen Seiten abgeschossen wirst. Wow. Alles, wie安全 existiert. Kannst du auf. So, so sieht man jetzt auch mal alles sicher aus. Sicher bin ich müde, allerdings nicht. Oh, Alter, wie diese Balken hier machen. Kriegst du aber auch echt Aids. Gut, dann haben wir jetzt schon mal die Seite. Kommen wir jetzt zu der Seite hier. Was war hier? Hier ist eine blaue Tür. Kommen wir also noch nicht rein. Wow, da war das gerade für den Ultra-Stocker. Das Spiel hat dafür gefühlt drei Jahre im Stocker. Wow, da ist einer und da ist keiner. Okay. Dann noch welche. Alter. Mäh. Diese Gitter hier erfunden hat. Wow, wow. Yay, wir haben ein Fünftel. Fickt euch doch. Ich meine, wir haben gerade mal ein Fünftel. Wir haben gerade ein Fünftel, ne? Genau. So, hier kommt man nicht drüber. Wir auch nicht. Also zumindest nicht offiziell. Gleich könnte ich darüber springen. Aber, ich weiß gerade gar nicht. Alter, ich habe immer keine Ahnung, ob man da bei Mensch bin darf oder nicht. Das Problem ist, wenn da schon sowas ist, dann heißt es, dann ist es ja schon offensichtlich, dass man da bei mir nicht drüber sollen können, tun, sollen, sollte. Hä? Von daher. Von daher. Ich bin getroffen. Gut, wir gehen jetzt mal hier rein. Wo? Oha. 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 Da sind ja so einige. So. Oha. O. Oha. Fuck. Ich verleite mich auch immer dazu, nur die Pistole zu nutzen. Ich könnte auch einfach hier das Ding nutzen. Ich erinnere diese Map sehr stark an eine aus dem Vanilla Doom 2 und da gibt es hier in der Wand Secrets, also ein Secret, jetzt weiß ich nicht, ob es auch ein Secret gibt, jetzt gibt es insgesamt 5 Stück, Halleluja, wow, das hat gerade schon mal reingefallen, gut, auf jeden Fall ist diese Treppe da schon mal ein Secret, das heißt also, da rauszukommen ist definitiv auch ein Secret, wahrscheinlich geht das Ding da runter, oder? Gut, wir schwächern uns sowieso mal, weil wir mal in die Karte haben und ich schätze mal, dass es sowieso eine Falle, sag ich doch, das war so klar. Danke für eure Unterstützung, so und jetzt gehen wir mal hier rauf, okay, war nicht, äh, oh doch, da hat er gerade schon etwas nicht giftig, gut, also das ist von Secret, aber da kommen wir so nicht drauf, dann ist die Frage, wie kommen wir denn da rauf? So, äh, 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 ja, eben führ mal da rauf, da kommt man nämlich nicht hoch, darüber springen geht es wahrscheinlich auch nicht, ich probiere es trotzdem mal, dankeschön. Boah, Alter, wie da hast du sowas, äh, Arschloch. Oh, die Frage, das kommt man hier, nee, kommt man hier, definitiv nicht, nein. Hm, nicht gut, okay. Ja? Ach, ja, eben, wir haben jetzt den roten Schlüssel, den roten Schlüssel, wir können aber jetzt hier rein, nee, hier brauchen wir blau, wo ist denn rot? Äh, ich bin in Not, ich brauche rot, da, okay, das heißt also, die gar nicht mehr zurück, ach, leck mich doch, leck mich doch, leck mich doch. Oh, der macht gerade aus, ach so, hier unten, ah, okay. Wow. Wo ist denn der? Ach da. Alter, so, solche Geisterfiecher hier in der Tucktheit, die siehst du ja einfach gar nicht. Kannst du bloß dich daran orientieren, wann deine eigenen Schüsse aufhören zu schießen. Also, ihr wisst, was ich meine, da bin ich mir gar nicht sicher. Oha. Hä, wo war ich denn gerade drauf? Hä? Keine Ahnung. So. Go, dann, jumpen wir mal rüber. Das war doch klar. Leck, probier. Danke. Wow. Da. Kann man da rüber? Ja. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Gut, okay. Gut, da oben ist... Nee, da war das mit den Imp's, also geht es hier wieder raus. Wie geht es noch weiter? Ah. Ah, oh, das Ding muss ich wirklich mal aufheben. Na komm, aktiviert schon. Geht doch. Das Ding hebe ich mal auf. Andererseits... Oh, eine schicke Waffe. Andererseits... Fuck off. Fuck off. So, gut. Jetzt haben wir was. Wir haben nur noch den roten Schlüssel. Das heißt, wir brauchen noch mehr rote Sachen. Kommt man hier unten rein? Nee, ne? Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Da geht eine Treppe hin, da kann ich aber nicht hin. Hier ist was, was nicht funktioniert. Da komm ich nicht drauf. Ja, gut. Könnte mal irgendjemand sagen, wo ich jetzt hin muss. Ich gehe aber nochmal hier hin. Nein, auch nicht. Hier ist auch ein bisschen Zug gefahren. Da haben wir sie auf jeden Fall hin. Das ist ja nichts für Schlüssel. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Das war doch bloß die eine Tür mit dem roten Schlüssel. Da haben wir jetzt hier hinten irgendwas übersehen. Ich gehe aber nochmal da hinten hin. Vielleicht haben wir da hinten irgendwas gesehen. Nein, hier ist kein Schalter oder ähnliches. Hier ist auch. Ah! Da haben wir ja das, was wir überlegen haben. Sehr schön. Gut. Dankeschön. Okidoki. Wir haben die Blonky. Ach, Alter. Du kleiner Frontzeitbus. Ich glaube, wir sind falsch. Hilfe. Da muss ich hin. Genau. Wow. Wow. Raus. Fuck. Alle weg? Äh nein Eeeh Wow Der Marshal, 20x Power gut gehen wir mal hier hoch, hier ist aber auch nichts ne ne, doch hier lecko mio, komm her eine sackgasse ohne sinn und zweck gut, wir sind hier oh, okay sehr schön, gut, dann gehen wir mal hier hier sollten wir planmäßig hin kommen lauter Wege, äh, lauter Wegverlustung, hä 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 nochmal Rüstung, so sag ich doch Sackgassen haben immer einen Sinn oh, sind wir wieder hier hier vom Bio äh, Mann, wo so so, jetzt können wir da hier nach oben und dann nach da gut oh, komm her oh, komm her jetzt zieh mal die Schaschelie schaschelie einen Raum voller Nutzen ausser dass da die Nachfolger sind oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Aua oh, Alter ja goddammit so, habe ich hier noch noch für was? nicht so gut 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 alle weg jetzt haben wir zumindest schon mal alle keys so gelb auch wieder hin ach ja genau wo alle weg ja 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 Woaah! Goddammit! Na ja ja ja! Uiuiui! Boah, Alter, wie viele denn noch? Unsoziales Pack! Alle weg? Nein! Yay! Wuhuu! Wow! Okay! So, haben wir schon alles Secret? Wir haben gerade mal ein Secret! Und es fehlen noch vier Stück! Halleluja! Da muss ich auch noch eine ganze Level suchen! Also ihr wisst ja, es bleibt damit zu Ende! Jetzt suche ich mir noch Secrets! Ähm... Ich glaube schon, ich finde welche! Ich weiß noch, ich kann nicht mal wo nachher schauen muss! Hm... Interessant! So, von hier kommen wir! Ja genau! Die könnten echt überall sein! Achso! Sind ja bereits alle markiert! Ha! Lol! Ja genau! Ja genau! Alle fünf! Okay! Ich wollte einfach nur zu den... ...den sichtbaren Sichtern gehen! Ja genau! Ah! Dafür mal eins! Jetzt haben wir schon mal die Seite der Map komplett abgearbeitet! So... Hier muss ich denn jetzt hier noch weit weg... Aber hier war ich doch bereits! Achso! Ja genau! Ah! Jetzt geht's! Hä? Moment mal! Ich höre nichts! Ah! Ah ok! Fuck! Alter wie schnell muss er denn sein? Gut! Hier lang... Hier muss ich durchreifen! Gut! Na dann! D-d-d-d-d-d-d-d Es macht sich übermorgen Ich bin gerade echt ein bisschen confused. Das war gerade nicht schlau, wie ich gerade gehört habe, war das Säure. Ah, okay. Ja, die habe ich schon. So, dann, vielleicht muss ich bloß noch das da unten, bei dem ich, keine Ahnung, wie ich da rankomme, aber mal gucken, ob sich jetzt irgendwas geöffnet hat und die ganzen Schalten, die gerückt haben. Ja, tatsächlich. Ha! Yay! Das ist dann... Moment mal. Ah, jetzt wird auch was geöffnet. Ah, na das macht doch Sinn. Yay! Komplettest! Das ist jetzt kein Secret? Das kommt dann auch. Gut, okay, bringt es mir sowieso nichts. Ich habe sowieso schon 200 Hertz. Von daher, für mir würde ich noch was bringen. Gut, dann würde ich mal sagen, ab direkt in die Ziel. Auch wenn ich Kämpfer mehr habe, wo das geöffnet ist, das war da unglaublich. Äh, ich muss also da, jetzt mal genau, ich bin geradeaus. Oder auch nicht. Doch, heute auch hier. Äh, genau. Da. Perfekt. So, Nadine fängt schon wieder nicht so ruhig an. Na gut. Egal. Ich will trotzdem mal sagen, ciao. Ciao.